Drei Punkte aus der vergangenen Freitagsansprache von Hazret Rilifatul Masih 5. Möge Allah sein Helfer sein. Hazur Möge Allah sein Helfer sein sagte, dass er damit fortfahren werde, weitere Details über einige Gefährten zu erwähnen. Hazret Lubaba Rasulatala Anhu war einst mit einigen anderen Gefährten unterwegs, als sie einem Mann in zerrissener Kleidung begegnete, der ihnen erzählte, dass er den heiligen Propheten Sillalao Laihi Wasillam sagen hörte, wer den heiligen Koran nicht auf schöne Weise rezitiert, gehört nicht zu uns. Hazur Möge Allah sein Helfer sein berichtete. Einer Überlieferung zufolge wurde Hazret Rilifatul Masih 5. Möge Allah sein Helfer sein während der Schlacht von Badr von einem Pfeil ins Auge getroffen. Der heilige Prophet Sillalao Laihi Wasillam trug etwas von seinem Speichel auf das Auge von Hazret Rilifatul Masih 5. Möge Allah auf, woraufhin es keine Beschwerden mehr gab. Hazur sagte, anderen Überlieferungen zufolge geschah dies mit seinem Vater Hazret Raffi Rasulatala Anhu, aber das Resultat ist in jedem Fall das gleiche. Bei der Erwähnung von Hazret Usaid bin Malik Rasulatala Anhu sagt Hazur Möge Allah sein Helfer sein. Eine Person kam zum heiligen Propheten Sillalao Laihi Wasillam und fragte ihn, ob man nach dem Tod der Eltern nur respektvoll über sie sein muss. Der heilige Prophet Sillalao Laihi Wasillam bejahte dies und sagte, man solle für sie beten, für sie um Vergebung bitten, ihre Versprechen erfüllen, gute Beziehungen zu ihren Verwandten pflegen und ihre Freundschaften aufrechterhalten. Auf diese Weise werden sie weiterhin belohnt werden. Hazur Möge Allah sein Helfer sein sagte, dass es noch einige weitere Gefährten gebe, die er in Zukunft erwähnen werde. Inshallah. Salli ala muhammadin.